So, auf geht's. Die Aufnahmen laufen. Okay, dann frage ich euch. Seid ihr bereit? Ja. Gut, dann starten wir mit der nächsten Runde vom Ravenol-Fohlen-Duell. Diesmal Team Deutschland. Und zwar Matze Ginter, Flo Neuhaus und Jonas Hofmann sind da. Hi. Hi. Schön, dass ihr da seid in digitaler Form. Ihr kennt das, wir haben 100 Großjahr-Fans Fragen gestellt. Und wir wollen von euch jetzt wissen, was haben denn die meisten Fohlen-Fans auf die Fragen geantwortet? Ready? Ja. Gut. Wir wollten von Borussia-Fans wissen, welcher Spieler hat die größten Füße? Matze muss lachen, hast du selber so groß oder die? Darf ich jetzt nicht verraten, weißt du? Schlau. Wer ist unser größter Spieler im Kader? Wann halten wir den Block hoch? Wenn ihr alle was habt, dann hoffentlich leserlich beschrieben. Drei, zwei, eins. Kann ich nicht lesen. Tikus. Terram. Flo auch. Machst du was, hast du? Ich habe mich selber. Welche Schuhgröße hast du? Ja, ich habe nicht so große, ich habe 44, aber ich denke mal, dass viele auf mich kommen werden, schätze ich mal. Welche habt ihr, Jonas? Terram. Nee, ich meine, welche Schuhgröße? Welche Schuhgröße, du Holzapfel? 42. Flo? Ich habe 43. 42, 43, 44, alles dabei. Und die Top-Antwort, 41. Aber nicht Schuhgröße, sondern 41. Borussia-Fans haben gesagt, dass der Spieler mit den größten Füßen Kiküsse ist. Yes! Stark. Ja! 41 Punkte also für Jonas und für Flo. Matze. Ich bin gleich dabei, oder was? Loll, ja? Nicht unter den Top-3. Nee, Dennis Zakaria haben noch 15 Borussia-Fans gedacht. Und Brell-Embolou haben auch viele große Füße zugetraut. Also, im Moment 41 Punkte für Flo, 41 für Jonas, im Moment noch 0 für Matze. Wir haben 100 Russia-Fans gefragt, welcher Spieler ist der Erste in der Kabine? Also, wenn wir jetzt die Mannschaft gefragt hätten, wüsste ich, wer wäre es dann? Die denken genau der, der es auch ist, glaube ich. Ach ja, das liegt, ich weiß noch. Wenn ihr die Mannschaft gefragt hättet, wer wäre es dann? Kini. Ich kann mich jetzt nicht nochmal selber nehmen. Jetzt komm, schreib mal auf, ist echt nicht so schwer auf ihn. Ja. Ja, 3, 2, 1 und Gini. Ich hab wieder mich selber. Alle drei Gini. Alle drei Gini. Aber ich hab noch zwei Ausrufezeichen. Schöne da. Das gibt Sonderpunkte. Okay, jetzt kommt aber die Top-3. Also, 100 Russia-Fans haben wir gefragt. 13 haben gesagt Jan Sommer. Den wolltest ich nehmen. 16 haben gesagt Lars Stindl. Und 23 haben gesagt Matze Ginter. Oh, ey, das hab ich nicht mehr gedacht. Der Gini hat das auch schon oft in Interviews gesagt, deswegen. Ah, okay. Nein, das war Spaß. Wir machen weiter mit Frage Nummer 3. 100 Fohlen-Fans haben wir gefragt. Wer interessiert sich am meisten für Mode? Das ist echt schwierig. Ja. 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 Der Mode interessiert muss das ja nicht unbedingt heißen, dass man gut angezogen ist. Ja gut, ist relativ, ne? Also, das empfindet ja jeder für sich dann gut. Aber da gibt's drei, vier Kandidaten. Ich muss jetzt quasi vorbeiziehen. Ich muss jetzt irgendwas Ausgefallenes nehmen. Du müsstest jetzt... Ein bisschen zulegen hier. Steht hier richtig zu 64 zu 23. Und ich kann euch aber schon mal verraten, hier gibt's für die Top-Antwort 45 Punkte. Also, relativ eindeutig. Gut, habt ihr was? Ja. Okay, dann haltet hoch. 3, 2, 1. Let's go. Jan-Sommerz, auch eh. Und du auch, Ivo. Okay. Ah, nee. Ja. Ja, aber Flo Jan könnte auch gut sein, weil der hübsche Jan, das verbinden viele wahrscheinlich damit, dass der es verdammt sieht. Ja, ich habe halt jetzt voll an Instagram gedacht und so, ne? Weil der Jan, ich habe den Tino Lassau noch. Der ist ja auch so ein Influencer. Oh, ja. Ich habe zwischen Tino und Ivo. Ja, aber Ivo ist auch richtig gut. Jan Sommer, am 6 Folien-Panz genannt. 6. 6. Also quasi nix. Also gar keiner. 6 Punkte immerhin. Top-Antwort, Top-Antwort war Tiki. Den habe ich auch die ganze Zeit überlegt, weil Tico so. 45 Punkte hätte es dafür gegeben. Und auf Platz 2 bei den Top-3, dafür gibt es 30 Punkte, geht an Ivo Trauerei. Immerhin, ja. 30 Punkte für Matze, 30 Punkte für Jonas, 6 Punkte für Flo. So, das heißt, jetzt vor der letzten Runde, 70 Punkte für Flo, 94 Punkte für Jonas und 53 für Matze. So, jetzt 40 Punkte aufholen, quasi. Ja, geht aber bei der nächsten Antwort, gibt es nämlich für die Top-Antwort, 42 Punkte. Also du kannst noch aufholen. Oh, okay. Letzte Runde für euch und dann wissen wir, wer ins Finale einzieht im Ravenol-Fohlen-Duell. Wer aus der Mannschaft ist der lauteste? Der lauteste? Ja, wie ist denn, was heißt der lauteste gemeint auf dem Platz? Insgesamt, wir haben die Fähigkeiten gefragt, wer ist der lauteste? Ja, genau, deswegen musst du ja genau denken, welche Parameter die Fans sehen und danach aufschreiben. Also oft ist es ja dann auch so, dass das Klischee als Antwort genommen wird, was manchmal gar nicht so ist. Also ich habe eine Antwort. Ich auch. Ne, die hat mir gerade einen entscheidenden Punkt gegeben. Einen entscheidenden Tipp. Welchen denn? Sag ich auch. Ja, ich habe gerade nochmal einen anderen, das wäre dann auch nochmal einen Simi gekommen, den hätte ich auch nehmen können. Willst du noch ändern, dann darfst du jetzt noch ändern. Ne, ich habe ihn ja schon einen Tipp gegeben. Okay, dann komm, ich lass. 1, 2, 1, was habt ihr geschrieben? Drama. Stinde. Ich habe auch Lars, weil du hast gesagt mit Klischee und Kapitän. Genau, ein Kapitän hat das, führt das Wort, aber der Chris ist aber den Geisterspielen immer am lautesten zu hören im TV und der ist auch so von den Interviews irgendwie, man hat immer das Gefühl, der ist voll laut. Habe ich das Gefühl? Bist du, ist der Chris gerade bei dir oder? Ne, ne, das ist nicht klar. Ehrlich nicht. Also, einer von den genannten ist bei den Top 3 dabei. Wer aus der Mannschaft ist der lauteste, haben wir 100 Folteres gefragt. 42 haben gesagt, Tikus ist der lauteste. 21 haben gesagt, Ibahima Traore ist der lauteste. Ja, ist er eigentlich. So, und auf Platz 3 ist Christoph Kramer. Christoph Kramer, damit sieben Punkte für Flo. Ne, die reichen ja nicht mal. Bitte? Die reichen ja nicht an, um auch die vorbeizuziehen. Ne, du hättest die Top-Antwort gebraucht, um vorbeizuziehen. Damit Matze mit 53, Flo mit 77 und Jonas Hofmann zieht ein ins Finale mit 94 Punkten. Oh, okay. Wir können schon viel. Hull das Ding nach Deutschland, ne? Aus dem Bett, aus dem Bett. Hull das Ding nach Deutschland. Mach ich. Hull das Ding nach Deutschland. Gute Frage. Was wollen wir denn mit der Nationalmannschaft? Was glaubt ihr? Europameister. Also, wenn du bei so einem Turnier teilnimmst, dann gibt es ja nur das ganz große Ziel. Also, macht ja gar keinen Sinn, sich irgendwie ein anderes Ziel zu setzen. Klar muss man dann immer irgendwie Step-for-Step gehen. Wir haben echt eine schwierige Gruppe. Aber man geht jetzt schon so mit einem ganz großen Ziel dahin. Habt ihr einen Wunsch-Finalgegner? Der Wunsch ist ins Finale überhaupt zu kommen. Okay, du bist im Finale. Auf vier. Hull das Ding nach Hause. Hull das Ding nach Deutschland. Ja, gut. Ja, okay. Hat Spaß gemacht. Ja. Das freut mich. Und bis die Tage, ne, Knippi? Komm rein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. pitch Vielen Dank.